E-Mail-Ecker steht seit 1931 für erstklassige und zuverlässige Logistikdienstleistungen. Mit unseren drei Hauptbereichen Transport, Lager und Schwergutlogistik bieten wir umfassend vernetzte Logistikdienstleistungen für Industrie, Handel und Gewerbe. Dabei gehört es zur Philosophie des noch heute inhabergeführten Familienunternehmens, allen Kunden eine rundum zuverlässige Logistik zu gewährleisten. Ob Einzelauftrag oder Gesamtprojekt, gerne unterstützen wir Sie bei der Planung und Abwicklung Ihrer Logistik. Unsere Erfahrung birgt für eine optimale Lösung mit größtmöglichem Nutzen für Sie und Ihre Kunden. Sechs eigene Logistikcenter in der ganzen Schweiz unterstreichen die starke Präsenz der E-Mail-Ecker-Gruppe und sind Basis für eine erstklassige Leistungsfähigkeit. Dank motivierten und langjährigen Mitarbeitern erbringen wir täglich Spitzenleistungen in Sachen Logistik. Das Markenzeichen für zuverlässige Logistik. Gemeinsam gewinnen. Ihre Güter, unser Service. Emil-Ecker. Ein Plus für Sie und Ihre Kunden.